also ja vom gefühl her geht es langsam geht ich ja auch nur vom gefühl her das ist ein hinterhalt okay mal sehen wie viele wir diesmal auslocken können vorsicht gegner runenkrieger zu mir standhalten männer das ist ein hinterhalt ich werde vielleicht meine bemühungen erst auf den eliten konzentrieren also mit den totems und dann auf das ist ein hinterhalt während die nahe kämpfer das gebäude einreißen vorsicht gegner das ist ein hinterhalt aber wenn das gebäude weg ist da kann ich sie langsam zermürgen da gibt es kein das ist ein hinterhalt vorsicht gegner standhalten männer was fliegt an wo sind die gegner wo sind die gegner also gehen wir mal dahin Das war's für heute. Und man, wir haben so viel Zeug hier. Tiermenschen mähen, die können wir dann vielleicht irgendwann mal abgeben. Und anderes Zeug verkaufen. Ich habe immer noch Tars Kopf. Zu den Waffen. So, wieder speichern. Sicher ist sicher. Tue wie befohlen. Bin schon auf halbem Weg. Es gibt halt auch leider kein Hero-Portal hier. Nicht zurückweisen! Tote in Feinden! In Deckung! Krieg ihn schon auf halbem Weg. Tote in Feinden schon auf halbem Weg. So, jetzt könnt ihr euch austoben. Tote in Feinden! Tote in Feinden! In Deckung! Krieg! Wo sind die Gegner? Die meinen es ernst! Das ist ein Hinterhalt! Hinterkommt! Was liegt an? Die meinen es ernst! So. Ich bin ein Gegendangriff! Clan-Brüder zu mir! Clan-Brüder zu mir! Nicht zurückweichen! Für den Clan-Gegenangriff! Lauft! Jawohl! Ihr zieht euch mal zurück, also die Totems zieht jetzt mal zurück. Clan-Brüder zu mir! Die meinen es ernst! Nicht zurückweichen! Ein Gegendangriff! Clan-Brüder zu mir! Was liegt an? Oh, da kommen sie jetzt wieder angerannt. Stand halten, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Okay, frische Speerträger produzieren. Die Linien müssen halten! Wird wir jetzt die Armbrustschützen, also die Scharfschützen langsam ausräuchern können? Vorsicht, Gegner! Stand halten, Männer! Na, jetzt ist definitiv nichts mehr mit Respawn. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Was liegt an? So, die heilen sich in Ruhe durch Nahrung. Stand halten, Männer! Na, kleiner Haufen ist hier oben noch. Ich bin nicht schade! Jetzt bin ich hier oben noch. Ich krieg sie aber wahrscheinlich nicht weit genug ausgelockt. Die Linien müssen halten! Runenkrieger! Zu mir! Standhalten, Männer! Den mehr ich nämlich mit meinem Hero töte. Vorsicht, Gegner! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Umso weniger müssen sich meine Orks da mit ihnen rumprügeln. Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Runenkrieger! Zu mir! Das sind immer noch gut so 15 Stück da oben. Standhalten, Männer! Gehe ich jetzt aber nach und nach außen. Runenkrieger! Zu mir! Ja, da kommt noch ein Lidia-Sammler. Sehr gut. Standhalten, Männer! Ah! Ah! Es kommen wieder mehr. Das ist ja gut. Das ist ein Hinterhalt! Kann ich sie noch stärker ausdünnen? Wenn sie nach und nach kommen... Die Linien müssen halten! ... sich abkleinern lassen. Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! So, den noch weg dann mal heilen. Es sind immer noch gut 20 Stück ungefähr, die da oben sind. Runenkrieger! Zu mir! Aber da werde ich erst einmal den Turm da drüben einreißen, dass der weg ist. Und plündern gehen. Vergiftung Keilen. Hartleder-Bein-Panzer. Ich glaube, solche habe ich gerade schon an, oder? Ja, Hartleder-Bein-Panzer. Allerdings kann die ein anderer tragen, oder? Ja, Hartleder-Bein-Panzer. Entweder du, oder... Ich würde sagen, du. So. Wolfszeigen, Iridian-Beinlinge. Und Orns-Ritter-Bein-Platten. Was auch immer du mit Orns-Ritter-Bein-Platten-Happen-Uhr hattest. Zu den Waffen! Wo sind die Gegner? Wir werden angegriffen! Wir haben ihre Beine. Wir können sie durchführen! Träbbel mit Fläten nutzen. an der Ermittigfeiert wird. an sich die Dämon ab- und zuvor. In den Nahrung eines Hu efectiv body ist. Wenn ihr sie bein und schrofen.